Ich hatte in der Beta irgendwie 7 oder so, also das war zu viel schon. Alle bitte zum Mitnehmen. Jut, dann noch einmal Radieschen. Hast du dein Radieschen? Hast du dein Radieschen? Radieschen, Radieschen, ne? So. Warum habe ich überhaupt noch eine Maus? Geile Beutel und... Ja, jeder hat mehr Glück. Wuh, danke. Bitteschön. Ich hatte zwei davon, jetzt kann ich eins benutzen. So, der Amigo ist der Killer, so passt bloß auf. Ja genau, weil ich Killer auch schon zweimal gespielt habe oder so. Oh, gerade nicht gefährlich. Ja. Ich hab jetzt auch nur zweimal Killer gespielt. Das heißt, man kann dich nicht einschätzen, das ist nicht das Gefährliche. Ja. Ja. Oh, wieder da. Die ist cool, ja? Sag nichts gegen die Map, Alter. Ich mag die vom Crapper viel mehr. Oh. Oh, du bist da Ding Dong, Alter. Du machst einfach... Hä? Ich kann diese Runde nicht mitmachen. Warum nicht? Bist du rausgeflogen? Weil ich bin entkommen, laut meinem Internet. Ah, auch toll. Aber wir müssen trotzdem fünf Generatoren machen. Ja, weil ich in dem Spiel auch jetzt als Entkommen zähle. Nur, dass ich keine Punkte wäre und das hinbekomme. Okay. Aber das ist doof. Na, awesome. Aua. Wenn ich doch wenigstens die Punkte fürs Entkommen bekomme, das wäre doch... Oder könntest du wenigstens noch spektaten? Ja. Oh. Die ist ja sonst viel zu dem Thema, weißt du? Ich habe das zweimal gespielt, schwupps. Der Erste, der schon krabbelt und gleich am Haken hängt, ey. Mach dich schnell fertig, well, ey, dann kann ich wieder mitmachen. Wiggel, wiggel, wiggel! Wiggel, wiggel! Ah, ich habe leider mein Soundboard ausgemacht. Das merke ich mir. Das Problem mit Teamspeak hat er... Hört dich nicht so gut, Waywolf. Echt nicht. Jetzt höre ich dich besser. Oh, mein Gott. Wtf? Wtf? BORN 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 Na schaust du gern einen wunderschönen Schokotörtchen beim sterben zu, he? JAP Standard Alter, jetzt wickelt wenigstens länger, damit ich hier auch am Haken hänge, jetzt. Nein! Jetzt hat er extra kein Spaceball gedrückt. Nein! Aua, aua. Das gibt Narben. Nein! Ich lege ein bisschen. Habe ich irgendwie verworfene Frames? Ah, 800. Ich finde keinen Haken. Gut so. Alter, ich kann doch gar nicht verletzt sein. Du hast mich doch nur umgestoßen, Alter. Ich habe doch gar nichts gemacht. Was denn? Ich wollte jemandem helfen. Das war schon der erste Fehler. Das darf man in diesem Spiel nicht. Wird man sofort bestraft. Mit dem Tode verurteilt hier. Soll ich schon mal Hedge suchen? Ja, solltest du mal machen, ja? Einer ist weg, einer ist tot, einer hängt gleich auch. Und einer hat es zerrissen. Boah, du kannst schon wieder rausfrüggeln. Finde ich super. Wiggle, was das Zeug hält. Oho. Wiggle, wiggle, wiggle. Check that thing. Ding, 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 ding. Ich bin doch schön da hinten ins Gebüsch rein. Nee, das bringt nicht viel. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Danke. Ey, komm. Gehenst du sogar? Was denn das für eine Ruhe hier? Also ich finde, das geht nicht. Das, das wird so weit kommen. Auch noch den, das Monster fertig zu machen, indem man immer in einem Spiel gähnt. Was ist das hier, ein mobiles Dings? Warum läufst du wieder? Also, Alter, kannst du jetzt mal ein paar Generatoren machen oder muss ich hier noch einen mehreren Sprints hinterher legen? Oh, schon mal die Hedge. Ja, okay. Fünf Stunden später. Drei Stunden später. Also du weißt, wie lange das dauert, bis ich tot bin, ne? Und jetzt Patsch. Ja. Hatte ich auch schon das Ergnügen gehabt. Also für mich läufst du noch. Ey, geht vielleicht. Ja, sie lebt ja auch noch. Ach so. Ja, jetzt gleich nicht mehr. Oh, verdammt. Ach so, sie hätt' schon mal gefunden zwischendurch, oder? Alter, und selbst wenn glaubst du, ich sag dir das du. Ja, ne, ich hab's den nicht gesehen, ne. Mhh, doof. Oh fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Naja, okay. Oh. Oh. Ist das hier drin ist nicht? Jugendfrei, hast du das auch schön drach eingesetzt? Wenn ja auch du einfach schreierst. Ich? Ja, sowieso. Ja. Jetzt krieg' ich noch ein bisschen Punkte fürs Druggeln. Hast du noch ein bisschen Zeit, um einen Generator zu machen? Ich würde mich aber an deiner Stelle beeilen. Allzu lange halte ich's nicht mehr aus. Ist der unsichtbar zurzeit, oder? Ah, jetzt warst du weg, fuck. Crap. Dann such mal das Hädchen. Ich möchte auch nicht verraten, wo's hier ist. Hast du's schon gefunden? Ich weiß, wo's ist, ja. Oh, da kämpfst du da bestimmt. Nein, nein, ich bin hier überhaupt nicht. Ich bin noch tot. Ach so. Der Amigo ist der Killer, Alter. Genau, der Amigo. Ich bin ja das Wölfchen. Oh. Hey, wie soll ich denn so jemanden finden? Sollte hier nicht neben dem Treibflüssigkeiten stehen haben, das endet nie gut. Also spätestens, wenn man dann nicht mehr durch die Tür kommt, ist schon echt schlimm. Aufpassen. Dieser Gefahr bin ich noch nicht ausgesetzt. Noch lange nicht. Kannst du ja mal so ne Beschreibung sagen? Links, rechts, Norden, Süden, Osten, Westen. Links, rechts, geradeaus. Du kommst nicht mehr raus. Ja, da gibt mir eine Navigationsflüssigkeit. Ja, wer sie gesehen hat und ungefähr noch weiß, muss es auch mir gerne Bescheid geben. Ich weiß es nicht, deswegen, ich könnte es dir ja nicht, ich könnte es dir nicht sagen. Ich sag nur die zwei Ketten. Blub, blub, lass mich rein, lass mich rein. Die zwei Ketten? Was du damit meinst? Ja, diese zwei Maschinen. Es tut mir leid, ich hab gerade wieder... Ach, du hast die Generatoren oder was? Nein, nein. Das sind so zwei rostige Dinger. Da ist es. Zwei rostige Dinger? Die wärst du nicht schieben? Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt die richtige Map ist dafür, weißt du. Es gibt ja mehrere Unterkategorien. What? Also hast du diese Runde gesehen? In dieser Runde war ich über den... Ja, da war ich auch schon. Ich kenn die Map ja eigentlich. Ja, aber die ist ja immer random. Ja, die kommt ja immer random. Ja, das ist ja der Schrottplatz. Ja. Da müsste es dann... Da sein. Aber ich weiß nicht, wo das Ding jetzt ist. Da musst du so lange überlegen, bis du es findest. Oh je. Ja, du schaffst das schon. Ja, du schaffst das schon. Setzt mich nicht unter Druck und so. Ey, wer hat was von Schieten gesagt? Wer spielt den Unsichtbaren? Ja. Ja, echt, ja. Wer hängt das Schokotörtchen auf und nascht nicht mal dran? Hohohohohoho-hohohohoho! jetzt kommen die fsk 18 sprüche ne es ist nachts 23 uhr alles schlägt ihn ich schätze ich habe ich überhaupt eine chance jemanden zu finden alleine du bist der der killer also wenn du das nicht schaffst du schaffst das denn bitte dann außerdem hast du noch einen vorteil du bist also ja du bist unsichtbar ich habe voll viele punkte hier